Ach ja, in einer guten Nachbarschaft wohnen, wo jeder jeden kennt. Ist das nicht Gold wert, wenn man heraus aus der Tür geht und weiß, gegenüber wohnt die beste Freundin, daneben eine Familie, die man seit Jahren kennt und das geht immer so weiter. Es ist einfach ein Traum, wenn man in einer Straße wohnt, wo sich alle kennen und nicht nur das, wenn man darüber hinaus auch miteinander befreundet ist, wenn die Türen stets offen sind, wenn man weiß, man kann einfach zu jeder Zeit den anderen besuchen, etwas zusammen machen, egal um was es geht. Das gibt einem nicht nur das Gefühl, man hätte eine sehr große Familie, Nein, es gibt einem vor allem das Gefühl der Sicherheit, wenn man weiß, in der Nachbarschaft halten alle zusammen. Da ist immer jemand da, dann denkt man automatisch, dass dann auch nichts passieren kann und genau so ist es eben nicht. Dieser Fall führt uns heute zum US-Bundesstaat Wisconsin. Das liegt so ziemlich im Norden und dort wiederum im Südosten befindet sich eine Stadt namens Milwaukee. Hat man vielleicht schon mal gehört, ist vielleicht ein bisschen bekannt, mit fast 600.000 Einwohnern die größte Stadt in diesem US-Bundesstaat und rechnet man alle Gebiete, die mit dazu zählen, kommt man auf 1,7 Millionen Einwohner. Und warum man hier eventuell diesen Namen kennt, ist, das wissen viele nicht, diese Stadt hat eine große Verbindung zu Deutschland. Ja, ich habe das ist kürzlich in einem anderen Video schon mal gesagt. So ab dem Jahre 1851 sind ja ganz viele Personen von Europa ausgewandert. Die USA war auf Platz 1, wenn es darum ging, wir gehen, wir bauen uns woanders, etwas Neues, Besseres auf. Und die Stadt Milwaukee wurde in diesen Jahren unter Personen, die aus Deutschland kamen, der Favorit. 1890 kamen 80% der Bewohner von dort aus Deutschland. Und man sah das auch, es gab damals sechs deutschsprachige Zeitungen in der Stadt und vieles dort erinnert auch noch heute an Deutschland, sei es die Architektur, die Lebensmittel. Das nur als kleine Information am Rande, hat man ja auch selten so eine Verbindung. Und diese Stadt war auch das Zuhause von ihr. Carrie Ann Chobeck wurde am 17. August 1968 geboren, als einzige Tochter ihrer Eltern Caroline und Robert. Carrie wird als liebevoll und fürsorglich beschrieben. Sie war immer recht beliebt. Jeder kannte sie, sie hatte viele Freunde und sie selbst war auch gerne stets unterwegs. Carrie wird als sehr kontaktfreudig beschrieben. Sie liebte es, mit ihren Freundinnen etwas zu unternehmen, Neues auszuprobieren und liebte Musik. Carries Eltern trennen sich, als sie noch sehr klein ist. Danach heiratet Mutter Caroline erneut einen Mann namens Frederick. Der wird später sagen, für ihn war es kein Unterschied. Oder anders gesagt, kein Thema, dass Carrie nicht seine Tochter ist. Er hat sie sofort akzeptiert und auch gemocht, als wäre sie seine. Frederick und Caroline bekommen schließlich eine weitere Tochter namens Maggie. Somit wurde Carrie eine große Schwester. Alles war gut, bis zu dem Jahr, in dem Carrie 13 wird. Um es in den Worten ihres Stiefvaters zu sagen, sie war ein guter Mensch, nur wurde sie einfach zu schnell erwachsen. Carrie macht in dieser Zeit auf einmal immer mehr, ja, Probleme. Das ist ja dieses magische Alter, wo sich alles verändert. Und Carrie hatte ab dieser Zeit die Einstellung, ich brauche nichts und niemanden mehr. Ich weiß jetzt, wie der Laden läuft. Ich mache, was ich will. Ich bin jetzt erwachsen. Niemand versteht mich. Lasst mich alle in Ruhe. Das war vorher schon immer ein bisschen so. Carrie hatte in vielerlei Hinsicht schon immer ihren eigenen Charakter, eine eigene Meinung. Und ein Nein war ihr dann auch egal. Diese Einstellung wurde in dieser Zeit nur noch mehr, was ja auch in dem Alter ein bisschen normal ist. Nur ging das bei Carrie in eine Richtung, die nicht gut war. Carrie war die Schule nun so ziemlich egal. Freunde waren wichtiger. Sie machte nur noch, was sie wollte. Ihre Eltern kamen nicht mehr wirklich an sie heran. Carrie setzte ihren Willen durch. Kommt dann auch mal gerne mit Sätzen zu Frederick wie, was willst du eigentlich? Du bist doch gar nicht mein Vater. Du hast mir gar nichts zu sagen. Dazu kamen auf einmal regelmäßig Partys, wo Ältere anwesend waren. Und was man eben auf diesen Partys so macht. Was genau? Keine Ahnung. Ich war nie cool. Man wollte sicherlich Carrie Zeit geben, sich zu entwickeln, aber das Ganze schaukelte sich immer weiter hoch, ging in keine gute Richtung und es war natürlich alles andere als einfach. Ihre Eltern wussten auch noch nicht, wie sie mit dieser neuen Phase umgehen sollten. Der 16. März 1982 war ein Dienstag und erst einmal ein Tag wie jeder andere. Carrie hatte in der Nacht zuvor noch bei einer Freundin übernachtet namens Margie. Mit dieser lief sie am nächsten Morgen dann auch zur Schule. Und erst einmal war wie gesagt alles wie immer bis zur Mittagspause. Margie wollte wie üblich um diese Zeit zusammen mit Carrie Mittagessen. Die beiden waren seit Jahren befreundet, wohnten sogar in derselben Straße. Jedoch waren sie nicht in derselben Klasse. Das Mittagessen war meistens die erste Gelegenheit, um zu reden. Wie geht's? Was gibt's Neues? Jedoch wird Margie später sagen, Carrie war nicht gut gelaunt, als sie sich schließlich in der Cafeteria wieder sieht. Wenige Stunden später auf die Frage, was ist los, meint Carrie. Ja, sie wurde vom Unterricht entlassen. Für drei Tage. Warum genau das passiert ist, kann ich euch nicht sagen. Carrie erzählt Margie in diesem Moment, dass sie im Unterricht war und ein Junge aus ihrer Klasse meinte, es wäre witzig, Carries erst gestern gekauftes neues T-Shirt anzumalen, woraufhin sie ihm eine verpasst hat. Danach ging es in das Büro der Schulleitung. Es gibt aber auch die Information, dass diese Geschichte von Carrie erfunden wurde. Warum auch immer, Personen, die anwesend waren, sagen, es war ein bisschen anders. Carrie wurde an diesem Tag gesehen, wie sie durch das Gebäude gelaufen ist, während des Unterrichts. Man weiß nicht, ob sie einfach nach Hause gehen wollte oder einen ganz bestimmten Kurs nicht mit ihrer Anwesenheit beehren wollte. Wie gesagt, das weiß man nicht, was sie da im Flur gemacht hat. Und weil sie dann auch keine Erklärung liefert, sagt man ihr, ihre Eltern kriegen einen Anruf und sie braucht erst am Montag wiederzukommen. So oder so, egal was stimmt, Carrie wird gesagt, das gibt einen Eintrag, sie kann nach Hause gehen und nächste Woche wiederkommen. Ihre Eltern kriegen einen Anruf. Ich weiß nicht, wie das hier so ist, in den USA ist das meistens keine Kleinigkeit. Wenn man beurlaubt wird, kann man sich eventuell nicht auf eine weiterführende Schule bewerben, obwohl die Noten eigentlich passen. So oder so, das Theater will man nicht. Darum hatte Carrie beim Mittagessen entsprechende Laune. Sie wusste ganz genau, spätestens jetzt muss sie gehen. Ihre Mutter weiß auch schon Bescheid. Man hat ihr am Telefon gesagt, was Sache ist. Normalerweise holen die Eltern in so einer Situation einen eigentlich ab, aber Carries Haus war halt einfach nur drei Minuten entfernt, also wirklich nur die Straße runter. Und sie war zu Hause, weswegen Caroline gesagt hat, die soll nach Hause laufen. Ja, es macht ja auch gar keinen Sinn. Bis die mit dem Auto dasteht, ist Carrie 20 Mal hin und her gelaufen. Darum auch Carries Laune beim Mittagessen. Sie wusste ganz genau, sie muss jetzt nach Hause und da gibt es dann Theater. Aber es bleibt ihr nichts anderes übrig. Sie packt ihre Sachen und geht. In den darauffolgenden Stunden kommt Carrie jedoch nicht nach Hause. Caroline wird später sagen, in den ersten Stunden hat sie sich deswegen keine Gedanken gemacht. Sie dachte sich, die will wahrscheinlich so lange wie möglich um das Gespräch, was sie zu Hause erwartet, herumtanzen, würden in der Situation die meisten machen. Carrie sitzt jetzt wahrscheinlich bei ihrer Freundin Robin, die wohnte im Haus gegenüber in derselben Straße. Doch als es so langsam dunkel wird, fängt Caroline dann doch an, so langsam herumzutelefonieren. Egal was ist, Carrie wusste, sie hat spätestens um diese Zeit zu Hause zu sein. Sie ruft Robin an. Dino sagt, Carrie ist nicht hier. Ich habe sie noch gar nicht gesehen heute. Hm. Das war aber komisch und auch. Caroline telefoniert dann weiter herum, ruft jeden an, den sie kennt. Aber Carrie ist nirgends. Darum steht dann auch die halbe Nachbarschaft auf der Matte. Alle gucken, wo könnte sie sein. Niemand findet sie, darum ruft man auch die Behörden an. Jedoch machen die nicht wirklich etwas klar. Es werden ein paar Fragen gestellt. Jedoch wird dann auch ziemlich schnell gesagt, dass man da nichts machen kann. Es war für sie offensichtlich, dass Carrie weggelaufen ist. Freiwillig, warum auch immer. Das weiß wohl nur sie selbst. Man hatte wohl auch nicht genug Mitarbeiter, um nach ihr zu suchen. Und man war sich sicher, der Sachverhalt ist hier doch klar. Wenn man sich das schon so anhört, wie sie ist. Carrie ist auf dem besten Weg, eine Person zu werden, die ihre Zukunft gerade wegwirft. Also soll man doch einfach warten. Wenn sie denkt, sie weiß alles besser, die kommt schon wieder. Und wenn nicht, dann eben nicht. Man versucht zwar zu erklären, dass das alles nicht so ist. Carrie kennt nichts und niemanden, der nicht hier in der Gegend wohnt. Sie wüsste gar nicht, wohin. Ja, aktuell war es nicht einfach mit ihr. Aber am Ende des Tages liebt sie ihre Familie. Aber davon will man nichts hören. Die Nachbarschaft darf dann alles selbst organisieren. Sie drucken Flyer aus, machen auf das Thema aufmerksam, fahren herum. Eine große Sache war die Frage, wäre es möglich, dass jemand Carrie mitgenommen hat? Aber das war doch einfach undenkbar. Wie gesagt, ihr Weg nach Hause ging etwas mehr als nur ein paar Minuten. Die Gegend war sehr sicher. Und selbst wenn sie jemand aus dem Auto heraus angesprochen und mitgenommen hat, das hätte ja jemand sehen müssen. Mal abgesehen davon, Carrie war selbstbewusst. Sie ließ sich nichts gefallen. Es ist unmöglich, dass wenn sie jemand mitgenommen hat, sie hätte irgendwie auf sich aufmerksam gemacht. Aber aus Tage werden schließlich Wochen. Es kommen zwar immer wieder Anrufe rein von Personen, die der Meinung sind, sie haben Carrie irgendwo gesehen. Selbst Caroline meint einmal in der Stadt, dass sie sie gesehen hat. Aber so war es dann nicht. Irgendwann fällt schließlich der Name John. Das war der ältere Bruder von Robin. Der wohnte im selben Haus wie sie, war fünf Jahre älter. Aber John war jemand, der sich gerne etwas dazu verdiente, indem er Sachen verkauft, die ihm nicht gehören. Er stellte immer mal wieder etwas an. Dazwischen gab es Partys ohne Ende. Es wurde berichtet, dass er stets romantisches Interesse an Carrie hatte. John wird dann auch zum Gespräch gebeten. Jedoch darf er sehr bald wieder gehen. Weil er meint, ja, er kennt Carrie. Er hat sie an diesem Tag aber nicht gesehen und das kann man ihm nicht beweisen. Danach hört man sehr oft den Namen Frederick, also Carries Stiefvater. Er soll an dem Tag auf sie gewartet haben, als sie aus der Schule nach Hause kam. Dann soll irgendetwas passiert sein. Und das sei der Grund, warum keiner weiß, wo Carrie ist. Man prüft das dann auch. Aber nein, das stimmt nicht. Dann guckt man nach Robert, also Carries Vater. Ob sie vielleicht bei ihm ist, ob er sie irgendwie aufgenommen hat. Aber auch nein, er war an dem Tag bei der Arbeit. Das kann man beweisen. Und bei ihm zu Hause wohnt auch niemand. Das hat man geguckt. Und dann ist man mit dem Latein am Ende. Kein Ergebnis, keine Information. Und man ist wieder der Meinung, Carrie ist irgendwo da draußen. Und aus Wochen werden Monate. Aber dann hat das Raten schließlich ein Ende. 17 Monate später, genauer gesagt, am 2. September 1983, engagiert Robins Familie einen Handwerker. An ihrem Haus gab es eine Veranda, die in den Hinterhof führt, wo ein kleiner Garten war. Ein paar Renovierungsarbeiten sollten gemacht werden. Unter der Terrasse war nichts als Erde. Und als der Mann dann da mit seiner Arbeit beginnt, unter der Veranda, denkt er sich die ganze Zeit, Was ist das für ein Geruch? Und schließlich bemerkt er, dass aus dem Boden ein paar Haare herausschauen. Einige Stunden später ist klar, Carrie war nie weit weg. In all der Zeit lag sie unter etwas Erde unter der Veranda, im Haus gegenüber, wo ihre beste Freundin wohnt. 17 Monate gab es zumindest noch Hoffnung. Carrie steht eines Tages doch wieder da, aber nein, jetzt ist klar, sie war nie weg. Aber was hatte das zu bedeuten? Nun, laut Bericht war es 17 Monate später nicht mehr wirklich möglich zu sagen, wie ihre letzten Minuten ausgesehen haben. Im Bericht steht, ihr Schulterbereich hat offensichtlich einiges abbekommen. Aber wie, wo, was, das ist die Frage. Möglich sind da eigentlich nur zwei Dinge. Erstens, sie ist gefallen oder zweitens, dass sie etwas auf den Kopf bekommen hat. Eines von beiden, aber eher die Nummer zwei. Die nächste Frage ist, wer war das? Denn das war offensichtlich nicht unter der Veranda passiert. Jemand hat sie dort abgelegt, mit Erde bedeckt und das war's. Dass das vorher nicht aufgefallen ist, aber gut, darunter geht man ja eigentlich nicht. Robins Bruder John wird dann wieder zum Gespräch gebeten. Man meint, es wäre möglich, dass Carrie an diesem Tag doch, wie zuerst vermutet, im Haus von Robin gewartet hat, bis sie nach Hause kommt, weil sie nicht nach Hause gehen wollte. Und dann kam vielleicht John, der Carrie schöne Augen gemacht hat. Sie sagte nein und dann kam eines zum anderen, aber John meinte ganz klar nein. Er hat Carrie an diesem Tag nicht gesehen und das kann man ihm nach wie vor nicht beweisen. Und das war's. Er durfte wieder nach Hause gehen. In den darauffolgenden Monaten und auch Jahren gibt es immer mal wieder etwas Neues. Ein Mann gibt Jahre später an. Er war mit Robin zusammen in den Jahren 83 bis 86. Dieser Mann hatte seine eigene Geschichte. Er saß zu dem Zeitpunkt und wollte mit Informationen handeln, damit er früher gehen darf. Der sagt in dem Gespräch dann, ja, es stimmt, was alle sagen. Es war John. Er war es ganz sicher, obwohl er an dem Tag dort angeblich nicht anwesend war. Er ist sich sicher, weil Robin ihm das erzählt hat. An diesem Tag war im Haus der Familie eine von Johns berühmten Partys. Die Eltern waren nicht da. Es war eine gute Stimmung. Carrie kam nach Hause auf dem Weg dort vorbei. Sie sah, dass da einige Personen eine gute Zeit haben. Sie ist dann mit dazu. Und sie dachte sich, das ist jetzt besser, als nach Hause zu gehen. Und danach hat sie keiner je wieder gesehen. Dieser Mann konnte nicht wirklich Details liefern. Allerdings war diese Geschichte das Beste, was man je hatte. Und wie gesagt, dieser Mann sagt, er hat all diese Informationen von Robin. Und als man ihr dann davon erzählt, ist sie außer sich. Sie meinte, nein, die Geschichte ist komplett erfunden von ihrem ehemaligen Partner. Sie hat nie so etwas zu ihm gesagt. Robin hat sehr selten bis gar nicht über Carrie gesprochen. Wäre ihr Bruder es gewesen, würde sie nicht weiter mit ihm unter einem Dach wohnen. Und man bewertet diese Geschichte dann als erfunden, weil es keine Beweise gibt. Jedoch gab es in diesem Fall eine Sache, die stets immer irgendwie da war. Und das war das Wort Party. Es war kein Geheimnis, dass Ausbildung und so weiter nicht so wichtig waren für Robins Bruder John. Der ging sehr gerne mal nicht zum Unterricht. Wenn keiner zu Hause war, gab es im Haus immer mal wieder legendäre Partys. Und man hat im Laufe der Jahre die Leute dieser Nachbarschaft so oft befragt, Wie war der Tag, an dem Carrie verschwunden ist? Wie war es da in der Straße? War da irgendwas Ungewöhnliches anders? Und jetzt war es so. Ein Teil meinte ganz klar, nein, alles war ruhig. Es war ja mitten in der Woche. Viele waren gar nicht zu Hause mitten am Tag. Aber andere jedoch meinten stets, in der Nacht vom 16. auf den 17. März gab es bei John im Haus eine Party. Und jetzt kommt's. Es gab sogar die Namen der Personen, die an diesem Tag im Haus waren. Aber alle meinten durch die Bank weg, Nein, wir waren an diesem Tag nicht bei John. Und man hat sich immer wieder gefragt, wie kann das bitte sein? Es gibt auf diese einfache Frage keine klare Antwort. Hat man sich bei John an diesem Tag getroffen, ja oder nein? Man konnte es nicht sagen. Mehrere Leute waren laut Aussage anderer zur gleichen Zeit an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Haus. Man fragt diese Personen, dann stimmt das? Wart ihr da? Was habt ihr da gemacht? Und diese Personen meinten alle, nein. Wie geht das? 33 Jahre später, genau genommen im Oktober 2015, ruft auf einmal jemand eine von diesen Nummern an, an die man sich wenden kann, wenn man einen Rat benötigt. Der Mann sagt, er heißt José Ferreira. Und er sagt, er kann nicht mehr. Seit 33 Jahren weiß er die Wahrheit über den Fall Carrie. Er war es. Und er will, dass endlich alle die Wahrheit erfahren. Er will endlich das Richtige tun. Dieser José erzählt daraufhin am Telefon die ganze Geschichte. Danach ruft er dann auch noch einen Fernsehsender an, gibt da ein Interview, erzählt die Geschichte da noch einmal und schließlich wird er von den Behörden eingesammelt, wo er das Ganze dann nochmal erzählen darf. José war in diesem Fall eigentlich kein Unbekannter. Er wohnte damals in derselben Straße wie Carrie, nur zwei Häuser weiter, war im selben Alter wie John, also Robins Bruder, in der Zeit, als Carrie verschwand. Er ist in der Zeit und auch in den Jahren danach immer mal wieder aufgefallen. Nachbarn sagen, er hat immer sehr darauf reagiert, wenn Carrie das Thema war, als wären sie beste Freunde gewesen und er wurde damals auch befragt. Deswegen, da meinte er, ja, er kennt Carrie schon seitdem sie klein ist. Sie war eine gute Freundin, aber das hat nicht gestimmt. Die beiden haben so gut wie nie miteinander geredet. Aber man hat José damals gehen lassen, weil man sich dachte, ach, der will sich doch nur wichtig machen oder vielleicht ist ihm das Thema auch zu viel. An dem Tag, wo man Carrie gefunden hat, stand José neben einem Zaun und hat die ganze Zeit gesagt, Carrie, es tut mir leid. Jedoch hat auch John sehr reagiert, als man Carrie gefunden hat, weswegen man sich immer mehr auf ihn konzentriert hat. Aber was war jetzt eigentlich los an diesem Tag? Nun, José sagt, es stimmt, was alle sagen. John hatte an diesem Tag alle, die er kannte, dazu eingeladen, früher aus dem Unterricht zu gehen und lieber bei ihm zu Hause Party zu machen. Die Eltern waren nicht da. Sie hatten das Haus für sich. Johns Partys waren ja bekannt. Wer da war, war cool. Und José war jemand, der grundsätzlich eher nicht so viele Freunde hatte. Seine Hobbys waren Dinge wie Zauberei, was ihm, wie er selbst sagte, nicht so viele Freunde einbrachte. Und er dachte sich, wenn er da jetzt heute mitgeht, dann gehört er auch mal mit dazu. Soweit, so gut. Carrie kam schließlich mit dazu. Auf der Party wurde getrunken, sich amüsiert. Und ja, Carrie und José kommen dann schließlich ins Gespräch. Sie waren sich sympathisch. Er fragt sie schließlich, ob sie nicht rummachen sollen. Er wüsste dafür den perfekten Ort. José kannte sich im Haus gut aus. Er bringt Carrie dann zu einer Treppe, die in den Keller führt. Carrie sei erst mit. Dann meinte sie aber, dass sie da jetzt doch nicht mit ihm runter möchte. Das alles geht ihr zu schnell. Sie fühlt sich nicht wohl. José wollte sie zuerst nicht vorbeilassen. Er meinte dann, ach was, stell dich nicht so an. Er nimmt dann ihre Hand. Sie verliert das Gleichgewicht. Und schließlich legt Carrie unten auf dem Boden und rührt sich nicht mehr. José dachte sich im ersten Moment nichts. Erst als er merkt, okay, Carrie steht nicht mehr auf, da versteht er erst, was Sache ist und macht gar nichts. Außer sie aufheben durch eine Tür, die im Keller ist, bringt er sie in den Hinterhof unter die Veranda. Da legt er sie dann ab, macht Erde über sie, geht wieder ins Haus und tut so, als wäre nichts gewesen. Danach gibt es irgendwie noch mehr Fragen als vorher. Grundsätzlich macht Hossés Geschichte Sinn, aber bei genauerem Hinsehen gibt es viele Aber. Tatsächlich war Carrie an diesem Tag in einem Haus anwesend. Mehrere Personen haben sie gesehen. Dann war sie auf einmal weg. Man hat später ausgerechnet, dass José für all das mindestens 45, wenn nicht sogar eine Stunde gebraucht hat, Carrie so weit in der Position, wo sie später gefunden wurde. Und wie kann das denn bitte niemandem aufgefallen sein? Das kann mir doch keiner erzählen. Im Haus waren so viele Leute, die nicht in der Schule waren. Und mit Sicherheit waren doch auch einige im Garten unterwegs in der Zeit. José meinte dazu, es wurde nicht bemerkt. Er konnte es lange auch nicht glauben. Er war so lange weg, er hatte mit ihr gesprochen. Und er war eigentlich davon überzeugt, jeden Moment erfahren alle die Wahrheit. Er hat sich sogar nach diesem Abend zwei Tage versteckt, kam dann wieder zurück und alle meinten nur, wo warst du? Ach egal, hast du das schon gehört? Carrie ist weg. Keiner weiß, wo sie ist. Niemand sah eine Verbindung. Obwohl es damals schon in den nächsten Wochen und Monaten Personen gegeben hat, die meinten, José, du benimmst dich irgendwie anders, ist alles in Ordnung. Worauf er nur meinte, nee, alles in Ordnung. Er macht sich nur Gedanken um Carrie. Und das war es noch nicht. José hat sich nach alledem, was war, mit Carries Familie angefreundet. Der war ganz oft da, hat nach ihnen geschaut, hat Essen gebracht, hat Tipps gegeben, was man auch machen könnte. Und er hat sogar mal gegenüber Caroline gesagt, er weiß eigentlich, wo Carrie ist, nur er darf es nicht sagen. Und sie hat darauf nie reagiert. José kam jetzt auch nur damit raus, weil er hat in all den Jahren nicht darüber gesprochen. Er hat es nur einmal seinem Bruder erzählt, der darauf meinte, er soll das halt einfach niemandem erzählen. José wollte das jetzt nur öffentlich machen, weil, wie er selbst sagt, seit 33 Jahren hat er so gut wie jede Nacht von Carrie geträumt. Er meint, er würde ihr Gesicht jede Nacht sehen. Und sie sagt ihm, sag allen endlich die Wahrheit. Darum macht er das jetzt auch. Er kann nicht mehr. Er träumt jede Nacht von ihr. Nun, das ist vielleicht ein Grund. Tatsächlich war es dann aber auch so, dass er nicht zufällig nach 33 Jahren gesagt hat, okay, ich sage jetzt doch allen die Wahrheit. Nein, José hatte es seiner Ehefrau erzählt und die war schon vorher dabei, die Scheidung einzureichen. Die fiel dann aus allen Wolken und meinte, ja sicher, jetzt will ich noch schneller aus der Ehe raus. José war der Meinung, wenn er jetzt allen die Wahrheit sagt, da reinen Tisch macht, dann bleibt sie bei ihm. Ja, die Logik dahinter verstehe ich auch nicht. Man wusste ehrlich gesagt nicht, was man danach machen sollte. Man hatte keine Beweise, nichts und man sagt dann auch Carys Eltern, stellt euch darauf ein, dass das nicht mal vor Gericht kommt und selbst wenn, kriegt der José wahrscheinlich gar nichts. Seine Gesundheit war seit Jahren nicht mehr die beste, auch weil er wirklich jede Nacht von Cary geträumt hat und jetzt hat er alles verloren. Was soll man da noch groß machen? Aber Frederick meinte, das ist ihm egal, sie wollen einen Prozess. Es ist manchmal besser, etwas zu versuchen, anstatt sich immer zu fragen, was wäre, wenn. Das Problem ist auch, bis heute glaubt man Hoses Version nicht so wirklich. Man kann es ja nicht beweisen, aber daran liegt es nicht. Man denkt, er sagt nicht ganz die Wahrheit über diesen Tag. Es ist einfach zu verblüffend. So viele Personen sehen Cary in einem Haus, dann ist sie weg. Die, die an diesem Tag anwesend waren, behaupten dann, sie waren überhaupt nicht dort. Ich meine, was hat man davon? 33 Jahre später kann man ja wohl sagen, ja, ich war an dem Tag nicht da, wo ich hätte sein sollen. Ich bin halt früher aus dem Unterricht. Und es ist erstaunlich, wie in all den Jahren trotz allem immer mal wieder die Wörter Cary plus Party in aller Munde war. Aber keine Details, wenn es drauf ankam. Man denkt, die Wahrheit über diesen Tag sah möglicherweise anders aus. Das versuchen dann auch Hoses Anwälte, darauf dann eine Geschichte aufzubauen. Sie meinten, warum wird der Name John so oft erwähnt? Es gibt hier einfach zu viele Fragen. Sie sind der Meinung, Hose war es gar nicht. Er wollte nur alles auf sich nehmen, damit endlich Ruhe ist. Vielleicht hat auch John ihm gesagt, dass er das machen soll. Weiter ging es dann aber nicht, weil Hose hat ein Angebot bekommen. Er selber sagt, ich weiß, es ist erstaunlich, aber ich war es wirklich und ich war es alleine. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es hat halt einfach wirklich niemand gesehen. Er hatte 33 Jahre einfach Glück. John hatte nichts damit zu tun. Und Hose werden dann dadurch, dass man halt wirklich gar nichts beweisen kann, sieben Jahre angeboten, weil man auch gesagt hat, wenn wir jetzt wirklich anfangen, noch mal jeden zu befragen, der je in diesem Haus war, dann werden wir nie fertig. Und Hose nimmt dann dieses Angebot an. Mittlerweile ist er auch wieder draußen. Wie gesagt, man weiß bis heute nicht, was die Wahrheit ist. Beziehungsweise ob das wirklich so stimmt, wie Hose es erzählt, ist mehr an der Geschichte dran. Man weiß es nicht. Ist es möglich, dass so viele Leute etwas, das vor ihrer Nase war, ignorieren? Nun, neu wäre es uns nicht. Ich meine, dass da wirklich keiner etwas gesagt hat. Dass das nicht aufgefallen ist von alleine. Carys Eltern glauben Hose übrigens, mal abgesehen davon, dass es für sie nicht einfach war, zu erfahren, dass einer ihrer besten Freunde, er war ein guter Familienfreund geworden in den letzten Jahren, Caroline hat vor der Verhandlung mit Hose gesprochen, weil sie dachte, sie muss einfach mit ihm persönlich reden. Und Caroline meinte danach, sie glaubt ihm, wenn er sagt, die hat mich jede Nacht besucht in meinen Träumen, das würde Carrie ähnlich sehen. Sie ist der Meinung, sie hat ihren eigenen Fall gelöst. Das musste sie, weil keiner hat sich für sie interessiert. Man hätte das in den ersten 24 Stunden klären können, hätte man nicht angefangen zu sagen, ach was, die ist weggelaufen, die kommt schon wieder. Man muss halt einfach alles selbst machen. Hätte man einfach nur ein bisschen genauer hingesehen, dann wüsste man heute auch, was die Wahrheit ist. Aber gut, sieben Jahre sind besser als gar nichts. Carrie hat nun ihre Ruhe, ihre Familie auch. Sieben Jahre ist für Amerika ziemlich wenig. Man begründet das auch damit, weil Hose hatte 33 Jahre nicht so eine gute Zeit gehabt. Im Grunde sitzt er seit 33 Jahren in einer anderen Form. Er dachte wahrscheinlich jeden Tag, heute finden sie heraus, was passiert ist. Und die Qualität von solch einem Alltag ist ja auch nichts. Aber gut, das kann jeder sehen, wie er will. Carys Cousine meinte, das ändert gar nichts. Trotzdem hatte Hose die Möglichkeit, seinen Abschluss zu machen, zu heiraten. Und Carrie hat gar nichts. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Dass der 33 Jahre vielleicht jede Nacht von ihr geträumt hat, wenn es denn stimmt. Das ist kein Vergleich. Ja, unglaublich. Gibt es hier ganz, ganz viele Personen, die einfach etwas ignoriert haben? Oder ist es wirklich so, dass Hose etwas gemacht hat, das wirklich keiner gesehen hat? Es gibt so Leute, die sind praktisch unsichtbar. Ich weiß das, weil ich bin auch einer von diesen Personen. Ich war in der Klasse immer die Unsichtbare. Ich wurde immer vergessen. Ich kam einmal eine Stunde zu spät, weil ich einmal verschlafen habe. Es ist keinem aufgefallen. Bei jedem Ausflug musste ich selber gucken, dass ich der Klasse hinterher komme. Weil wäre ich nicht mehr da gewesen, es wäre keinem aufgefallen. Die wären nicht nochmal zurückgekommen. Das hätten die Stunden später erst gemerkt. Vielleicht habe ich auch eine Zeit lang ganz viel Harry Potter gelesen und das hat keiner gemerkt. Es gibt so Leute, die sind einfach unsichtbar. Aber gut, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.